In den belebten Straßen von New York City beginnt der Film mit einer fesselnden Szene, die den Ton für die ergreifende Geschichte von Hector Valenti setzt, einem talentierten, aber vom Pech verfolgten Künstler. Im Bemühen, die Aufmerksamkeit seines Publikums zurückzugewinnen, nimmt Hectors Leben eine unerwartete Wendung, als er auf einen exotischen Tierladen stößt und Lyle entdeckt, ein Krokodil mit einer erstaunlich schönen Singstimme. Von Lülis Gabe fasziniert, nimmt Hector das Krokodil unter seine Fittiche, und gemeinsam bilden sie ein außergewöhnliches Musikduo, das eine tiefe Bindung eingeht, die allen Widrigkeiten trotzt. Während sie sich auf ihr großes Debüt vorbereiten, zwingen Hector finanzielle Sorgen dazu, seine Wohnung als Pfand für den Veranstaltungsort einzusetzen. Die Aufregung steigt, während der Tag näher rückt, aber das Bühnenlicht erweist sich als zu viel für Lülis schüchternes Herz. Das einst selbstbewusste Krokodil erstarrt vor Angst, was zu einem herzzerreißenden Scheitern und einem niedergeschlagenen Hector führt. Verzweifelt darum bemüht, Lyle vor weiterem Kummer zu bewahren, beschließt Hector, New York vorübergehend zu verlassen. Er hinterlässt geliebte Erinnerungsstücke und ein hoffnungsvolles Vermächtnis für Lyle. Das Schicksal hat jedoch seine eigenen Pläne, als eine neue Familie, die Prims, in Hectors altes Haus zieht und somit ein unvorhergesehenes Kapitel in Lülis musikalischer Reise beginnt. Während die Prims ihr neues Leben in der Stadt annehmen, sehnt sich der junge Josh Prim nach Vertrautheit, während seine Eltern das Abenteuer begeistert aufnehmen. In diesem skurrilen Abenteuer bagt die Familie Prim neue Chancen, als Herr Prim Dekan an der Mathematik-Universität wird und Frau Prim beschließt, eine Pause von ihrer Karriere als Köchin einzulegen, um sich auf die Familie zu konzentrieren. Ihr Umzug in eine neue Wohnung bringt sie mit ihrem mürrischen Nachbarn, Herrn Grams, und seiner heftig verteidigten persischen Katze Loretta zusammen. Die Neugierde packt den jungen Josh, als er mysteriöse Geräusche aus dem Dachboden hört und ein Plüschkrokodil namens Lyle sowie einen Zettel entdeckt, der ihm die Pflege von Lyle anvertraut. Während Josh versucht, sich in seiner neuen Schule und dem Stadtleben zurechtzufinden, kämpft er damit, Freunde zu finden und seinen Platz zu finden. Unerwartet wird Lyle von Loretta freigelassen, was Josh zu einer aufregenden Verfolgungsjagd durch die belebte Stadt führt, um sie beide zu retten. Mitten im Abenteuer ist Josh von dem rätselhaften Krokodil fasziniert und beschließt, Lyle zu folgen, ohne zu wissen, dass diese Verfolgungsjagd ihn in unerwartete und gefährliche Situationen führen wird. In einem entscheidenden Moment tritt Lyle auf, um Josh vor einer verzweifelten Begegnung mit einem Obdachlosen zu schützen und festigt die unzerbrechliche Bindung zwischen dem Jungen und seinem mysteriösen Reptilienfreund. Mit einer erstaunlichen Kraftentfaltung lässt Lyle einen donnernden Brüller los, der den angehenden Dieb erschreckt und ihn in Angst fliehen lässt. Josh ist sowohl erleichtert als auch erstaunt über die Tapferkeit und Treue, die der unerwartete Held zeigt. Dankbar für Lyle's rechtzeitiges Eingreifen, bietet Josh dem Krokodil herzlichen Dank an, dass seine Wertschätzung mit einem Nicken anerkennt, bevor es schnell in den Schatten verschwindet. Josh ahnt nicht, dass diese Begegnung der Anfang einer außergewöhnlichen Freundschaft mit Lyle und überraschenderweise mit einem anderen Reptil namens Loretta sein wird. In den folgenden Tagen nimmt Joes Leben eine faszinierende Wendung, als er mehr über Lyle und Loretta erfährt. Trotz ihrer scheinbar unwahrscheinlichen Gruppe bilden sie eine schöne und unzerbrechliche Freundschaft. Während Josh Zeit mit Lyle und Loretta verbringt, öffnet er sich allmählich über seine Vergangenheit. Er teilt mit ihnen die Geschichte seiner frühen Jahre, als seine Familie in Taiwan lebte, und wie seine Mutter, die jetzt seine Stiefmutter ist, nach dem Verlust seiner leiblichen Mutter, als er erst zwei Jahre alt war, die Erziehung übernommen hat. Mit einer starken Verbindung zu Lyle vertraut er dem rätselhaften Krokodil seine emotionale Reise an und findet Trost in der Tatsache, dass Lyle aufmerksam zuhört und durch seine stille Anwesenheit Trost spendet. In der Zwischenzeit wird Trudy, eine Mitschülerin von Josh, von seinem Interesse an Reptilien fasziniert. Als Josh seine Faszination für Lyle und Loretta enthüllt, öffnet auch sie sich über ihr eigenes einzigartiges Haustier, eine Klapperschlange. Die beiden verbindet ihre gemeinsame Liebe zu Reptilienwesen, was ihre Freundschaft vertieft und das Verständnis für die Interessen des anderen fördert. Vereint durch ihre Leidenschaft, stürzen sich die Dreiergruppe in zahlreiche Abenteuer, besuchen Lyle's Lieblingsrestaurants und lernen von dem findigen Krokodil, wie man kostenlos an Essen gelangt. Während sie lachen und freudige Momente teilen, schätzen sie die zwischen ihnen entstandene Bindung und bilden eine unzertrennliche Gruppe von Freunden, die Trost und Akzeptanz in der Gesellschaft des anderen finden. Und mitten im Gelächter und Tanz findet auch Loretta ihr eigenes Glück und gönnt sich ein üppiges Bankett, was angesichts ihrer eingeschränkten Diät zu Hause eine echte Freude ist. Der nächste Tag bricht mit unerwarteten Konsequenzen für die Familie Prim an und führt sie in eine Reihe verwirrender Ereignisse. Frau Prim wacht auf und stellt fest, dass Josh aus seinem Bett verschwunden ist. Ihre Sorge steigt, als sie die Dachbodentür offen vorfindet. Zu ihrem Schock entdeckt sie Josh, der neben einem riesigen Krokodil namens Lyle auf dem Sofa schläft. Trotz ihrer anfänglichen Panik beruhigt Josh seine Mutter und versichert ihr, dass alles in Ordnung ist. Um ihre Nerven zu beruhigen, überrascht Lyle Frau Prim mit seinem Gesang und fesselt sie mit seinem einzigartigen Talent. Als sie zur U-Bahn gehen, ruft Frau Prim ihren Mann an, um die Neuigkeiten zu teilen. Josh drängt sie jedoch, die Existenz von Lyle vor seinem Vater geheim zu halten, aus Angst, er werde ihre außergewöhnliche Freundschaft nicht verstehen. Zurück zu Hause entdeckt Frau Prim Lyle, wie er in der Badewanne ein Bad nimmt, was sie erschreckt, aber das verspielte Krokodil gewinnt sie für sich, indem es seine kulinarischen Fähigkeiten in der Küche zeigt. Lyle und Frau Prim verbinden sich beim Kochen und Tanzen, schaffen eine fröhliche Atmosphäre, und ihre ungewöhnliche Verbindung blüht inmitten des entzückenden Chaos auf, das Lyle's unerwartete Präsenz in ihrem Leben verursacht. Jedoch erweckt ihr Glück Misstrauen bei Herrn Prim, der die plötzliche Veränderung im Verhalten seiner Frau bemerkt. Um herauszufinden, was die Familie verbirgt, installiert Mr. Grump Sicherheitskameras im ganzen Haus. In der Zwischenzeit genießt Frau Prim heimlich ihre neu gefundene Freude und Unbeschwertheit, sehr zum Erstaunen ihres Ehemannes. Als er sie über eine kürzliche Pizzabestellung befragt, beschließt sie schließlich, die Wahrheit über Lyle zu enthüllen. Sie führt Herrn Prim in Jos Zimmer, konfrontiert ihn mit der Anwesenheit des Krokodils und versetzt ihn in Panik. Als er ein Bild von sich selbst aus seiner Vergangenheit als Kämpfer an der Wand sieht, fürchtet Herr Prim eine Konfrontation mit Lyle. In einer überraschenden Wendung beschließt er, das Haus zu verlassen, um Hilfe bei dieser beispiellosen Situation zu suchen. Während der Konfrontation, als Herr Prim zur Tür rennen will, nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Hector, der frühere Besitzer der Wohnung, taucht plötzlich mit Koffern vor ihrer Tür auf. Die Familie ist überrascht zu sehen, wie sehr Lyle seit Hectors Abreise gewachsen ist. Trotz Lyle's anfänglicher Zurückhaltung entfacht Hectors Gesang die Bindung zwischen ihnen erneut, und es zeigt sich, dass das Krokodil glücklich ist, seinen alten Freund wiederzusehen. Um Hectors Behauptungen zu überprüfen, kontaktiert Frau Prim die Immobilienfirma und erfährt, dass er tatsächlich die Eigentumsrechte hatte, aber das Eigentum aufgrund von Schulden verlor. Sein Vertrag erlaubt es ihm jedoch immer noch, zwei Wochen im Jahr in der Wohnung zu leben. Während der Nächte beginnen Hector und Lyle, neue Songs auf dem Dachboden zu proben, was einen Aufruhr verursacht, der Mr. Gramps stört. Am Sonntag beschließt die Familie Prim, spazieren zu gehen, während Herr Prim einige Zeit allein in der Stadt verbringt. Zu ihrer Überraschung erscheint Hector in Uniform, um das Gators-Spiel anzusehen, und Lyle schließt sich ihnen an. Hector glaubt, dass Lyle sich als Mensch in Verkleidung ausgeben kann. Das Trio startet in einen Tag voller Parkbesuche, einer Golfwagenfahrt und einem Abenteuer im Museum. Zurück zu Hause bemerkt Herr Prim, dass ihnen das warme Wasser ausgeht und begibt sich auf den Dachboden, um den Heizkörper zu überprüfen, dem Lyle folgt. In einem improvisierten Kampf geht Herr Prim als Sieger hervor und lässt Lyle so tun, als sei er besiegt worden, was Herrn Prims Selbstvertrauen wie ein Champion wieder aufbaut. Am nächsten Tag teilt Hector der Familie Magietricks mit, während Lyle das Abendessen zubereitet und dabei versehentlich einen Pfannkuchen verbrennt. Um Peinlichkeiten zu vermeiden, isst er den verbrannten Pfannkuchen selbst. Der Abend endet mit einer musikalischen Darbietung, bei der Hector Lyle überredet, trotz anfänglicher Zurückhaltung vor einem Publikum aufzutreten. Mit neuem Wiedersehen, Offenbarungen und einem möglichen Auftritt in Aussicht wird das Leben der Familie Prim noch außergewöhnlicher, während sie die Anwesenheit des liebenswerten und talentierten Krokodils Lyle begrüßen. Mit dem Annäherung des Talentwettbewerbs Tages wächst Jos Sorge um Hectors Absichten für Lyle, das Krokodil. Er beobachtet, wie Hector heimlich mit Lyle verschwindet und versucht zu intervenieren, da er weiß, dass das Krokodil nicht auftreten möchte. Doch Hectors Gier übertrumpft Lyle's Gefühle und er zwingt das widerstrebende Krokodil auf die Bühne, was ihm Angst und Ängstlichkeit bereitet. Später, als sie zurückkehren, ist Lyle vor Angst auf der Bühne gelähmt und Josh tritt ein, um ihn zu trösten. Trotz seiner Bemühungen verlässt Hector Lyle erneut, was ihn einsamer denn je zurücklässt. Mitten im Chaos erhält Herr Prim eine Vorladung zu einer Eigentümerversammlung, bei der Herr Grams die Familie Prim wegen Störungen beschuldigt und ihre Vertreibung fordert. Unerwartet nimmt Hector an der Versammlung teil und stellt die Handlungen von Herrn Grams, Kameras zu installieren, in Frage. Die Situation eskaliert und die Tierrettungsbehörden werden gerufen, um Lyle einzufangen. Verzweifelt versucht Josh, die Wachen abzulenken, aber Lyle wird mit einem Betäubungspfeil getroffen und landet in einem Zoo. Entschlossen, Lyle's Glück wiederherzustellen, schwört die Familie Prim, ihn zu erlösen und nach Hause zu bringen. Trotz der Vorbehalte seiner Eltern ist Josh entschlossen, Lyle zu retten. Die Verzweiflung des Jungen führt zu einer Panikattacke und er fällt in Ohnmacht. Nach seiner Genesung kehrt die Familie nach Hause zurück und überlässt Lyle seine erste Nacht in Gefangenschaft. Die Traurigkeit des Krokodils wächst und es sinkt, um seinen Schmerz zu lindern, doch Erinnerungen an seine Abenteuer mit Josh und Hector verstärken nur sein Verlangen nach Freiheit. Hector, der Reue für seine Handlungen empfindet, verlässt New York. Am folgenden Tag ermutigt Trudy Josh, nicht aufzugeben, und erschöpft Hoffnung aus ihren Worten. Als Josh Hector auf der Treppe begegnet, sucht der Künstler Erlösung und bittet Josh um Hilfe, Lyle aus dem Zoo zu befreien. Sie entwickeln einen kühnen Plan und mit Lyle's Eingreifen gelingt es ihnen erfolgreich, ihn zu retten. Hector gesteht seinen Fehler ein und erkennt an, dass Lyle an Jos Seite und bei seiner Familie gehört. Das Trio bricht auf, um von vorne anzufangen, sucht Erlösung und feiert die unzerbrechliche Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Krokodilbegleiter. Nachdem es ihnen gelungen ist, Lyle aus dem Zoo zu befreien, stoßen Hector und Josh auf Polizeiautos, und Hector drängt Josh, mit Lyle wegzulaufen, während er die Polizisten ablenkt. In einer Eingebung beschließt Josh, Lyle mit zur Talentshow zu nehmen, um zu zeigen, dass er kein gewöhnliches Krokodil ist. Sie fahren auf Hektors Motorrad durch die Stadt, aber ein Unfall trennt sie. Dennoch erreicht Lyle schnell die Bühne, wo das gesamte Publikum und die Juroren von seiner Anwesenheit entsetzt sind. In der Hoffnung, Lyle dabei zu helfen, seine Schüchternheit zu überwinden, singt Josh auf der Bühne, und wie durch ein Wunder findet Lyle seine Stimme und liefert eine bemerkenswerte Show ab. Tage später versucht Herr Gramps, die Familie Prim wegen des Diebstahls eines Zootiers festnehmen zu lassen. Doch Hector erscheint mit einem wichtigen Dokument, das belegt, dass Lyle's Anwesenheit in ihrem Zuhause gerechtfertigt ist. Das Dokument, von Hectors Großmutter unterschrieben, die den New Yorker Zoo gegründet hat, besagt, dass sie als Tierliebhaberin jede Art von Tier in ihrem Zuhause halten durfte. Der Richter akzeptiert die Rechtfertigung, und Lyle wird genehmigt, nach Hause zu seiner Familie zurückzukehren, und sie feiern gemeinsam ihren hart erkämpften Sieg. Monate später machen Josh und seine Familie Lyle erstmals in seinem Leben einen Urlaub. Während sie ihre Zeit genießen, bleibt Hector zurück, um eine neue Attraktion zu finden. Während ihres Urlaubs besucht Thudy Hector und zeigt ihm, dass ihre Klapperschlange ebenfalls singen kann, und schlägt vor, dass Hector ihr Berater wird. Er stimmt sofort zu und beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben. Als der Film endet, reflektieren die Charaktere über die transformative Ereignisse und Lektionen, die sie gelernt haben, und hinterlassen das Publikum mit einer herzerwärmenden Geschichte von Freundschaft, Erlösung und der Magie zweiter Chancen. Untertitelung des ZDF,